Ich gehe da von Hof zu Hof, aber ich könnte genauso gut zu den Viechen im Stall reden. Jetzt kommt's. Wir haben da nichts mehr verloren. Die kriege ich schon noch, Pfarrer. Wart gleich. Und die Strafgottes krieg die, du gottloser Teufel, du. Ja, stimmt. Galicien war im Gespräch. Der Peter Hofer ist auch sofort mit der Nabeordnung hingefahren und hat sich alles genau angeschaut. Wir haben einstimmig den Plan abgelehnt. Der Reichsführer Himmler, der hat das auch sofort akzeptiert. Also es braucht euch keine Sorgen zu machen. Das Siedlungsgebiet, das stimmen ausschließlich mir. Mir, Sintiroler. Wer sind die Auswanderer? Kommunisten, feige Schweine, Landesverräter, Sondergleichen. Halt's Maul! Weisches Auto! Einige, die vor lauter Schulden die schlechten Zeiten nicht mehr dulden. Mit leeren Taschen das Weite suchen und vor Hunger Heil Hitler rufen. Sei still! Sonst erlebst du was! Bauern ohne Heimat stolz, die Wald besitzen ohne Holz. Lasmeet aber, favore. Das Ruder in das Leere schmeißen und sich beim Gehen in die Hose scheißen! Auf, freut! Geh, 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 Geh! Geh, Geh! Signor Podestà, signor Podestà, una lettera del prefetto è urgente, è urgentissima. Non è possibile. Alle Gerüchte über Umsiedlungen nach dem Süden sind unwahr. Jeder Oberätscher wird in Ruhe und Frieden seiner Arbeit nachgehen können. Es wird keine Besitzenteignung und auch keine Änderung der Namen geben. Jede Propaganda für die Auswanderung ist verboten. Ja, was isch'n jetzt los? Ja, begreift's es denn nicht? 70 Prozent haben schon für die Auswanderung abgestimmt. Ja und? Das wollten Sie ja. Ja, aber nicht so viele. Sie haben gedacht, es gehen die Stadtleute. Die Armen, die Arbeiter. Aber jetzt gehen fast alle. Die ganze Wirtschaft wird zusammenbrechen. Ha! Das vergut Ihnen! Und jetzt geht's den Bauern auch noch. Und die Italiener wissen ganz genau, dass die Berggebiete noch kaputt gehen. In die Städte unten können sie Italiener ansiedeln. Aber wer kommt da rauf? Ja, wenn das so isch. Und wir bleiben können und nicht nach Sizilien neu müssen. Sollen stimmen natürlich, dass sie bleiben. Ich ha' nicht allen g'sagt, dass das nicht wahr isch. Dir kommen ja auch nichts zu glauben. Du bist alle so ein walsches Lugenmaul. Nix, nix. Nix, nix. Sie liegen. Sie haben immer gelogen, die Walschen. Falls da auch stimmen sollt, dass die da bleiben, da in Südtirol bleiben können, ja des nutzt euch ja nix. 80% hat sich schon zum Gehen entschieden. Und was wird passieren? Was glaubts? Die Walschen, die werden 200.000 Süditaliener raufschicken, damit das Land nicht entvölkert bleibt. Es wird gleich mal walsche Pfarrer geben, walsche Geschäfter, walsche Gasthäuser, walsche Landarbeiter und ein Kredechter, die werden alle walsche heiraten müssen. Oh, du weisst, ein Mussolini, bist noch schlechter als der Kini. Wollst du uns Deutsche nur ertrücken, doch wir haben feste Rücken. Deutsche sind wohl und wollen wir bleiben. Jetzt. Er soll deine Jahre in Zeiten der Mussolini, der 치ierf Schäuphn, werden alle gone gucken, der Herr soll dieりahleken, der Herr soll dieungen verwirrt dir Rudel bei den Mund. Er soll ihn holen, er soll ihn holen, verwirrt die Luft da bei den Mund. Lass du die Hause, Schweine! Er soll ihn holen, er soll ihn holen. Wie geht es? Wie geht es? Ich gehe nicht weg und wenn du 20 Mal für mich unterschreibst. Ich gehe nicht! Du gehst! Du hast mir zu folgen, verstanden? Nichts folge dir, du! Alter Depp, du! Jetzt haben wir uns so schön eingerichtet. Der Boden steht morgen ums. Wir können leben. Warte noch, jetzt sind das Schulhaus unteres aus mit dem schönen Leben. Nein, kalmer Sepp, sei gescheit, Ostjahr. Wenn Österreich noch ist, wenn der Kaiser noch ist, dann gehe ich gleich raus. Aber zu Niedler! Geh nix zu Niedler aus! Der Hitler ist nix gut zu sehen, Ostjahr! Und was ist ein Mussolini? Ein Barbar, ein Primitiv, ein Hund gewöhnlich, ein Maurerisches! In Innsbruck draußen hat er nur Schulden bei die Wirte! Der blöde Aff der! Und überall hat er ledige Kinder hinterlassen, der er saubockt der! Was redest du von Mussolini? Bin ich ein Freund von Mussolini? Ein Walscher! Wenn 100 Euro innen sind, wird immer Walscher bleiben. Wer bin ich? Was? Ein Walscher! Ein Walscher, nicht Walscher! Ich bin ein Walscher! Ich bin ein Trentin, wirst du? Trentin, mein Gott! Ich bin froh! Ich bin froh! Mir tut es weh! Verstehst du? Meine Familie wird auch gehen! Für deine Familie bist du schon wieder! Was ist? Die Stöpleibertafel! Was ist? Die Stöpleibertafel! Was ist? Am Erkehr blüht wie immer die leuchtende, brennende Liebe, die Treue zur Heimat war stärker. Brennende Liebe, was bedeutet das? Die Geranien heißen bei uns so. Diese Blumen. Amore Ardente. Amore Ardente. Brennende Liebe. Ist ein schöner Name. Ja. Ah Glibertafel. Ohr. Ohr Wellen, Sie können zurück in uns arbeiten. Ferfel Hopfen! Ohr, komm. Ohr! 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 Ohr. Ohr! 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 Michael Georgenthaler, man hat mir mitgeteilt, dass du deine Zeit lieber außerhalb der Schule verbringst und dass du dich in die Politik einmischst, von der du keine Ahnung hast. Weißt du was, ich denke, es ist besser, wenn du das Vincentinum verlässt. Du scheinst mir nicht geeignet zum Priester. Und dir kann ich dem Vorwurf nicht ersparen, dass du diesen jungen Menschen da fehlgeleitet hast? Ach, würdigst du, Herr Generalvikar. Ich glaube nicht, dass es eine Fehlleitung ist, wenn man die Leute zur Heimattreue aufruft. Der Klerus hat sich in dieser Frage neutral zu verhalten, lieber Herr Pfarrer. Unser Herr Bischof hat eindeutige Weisungen herausgegeben. Ich nehme an, du hast sie gelesen. Ja, das habe ich. Und? Verhältst du dich neutral? Nein, das kann ich nicht. Du weißt doch, dass der Vatikan das Abkommen begrüßt hat. Der Heilige Vater ist Italiener. Und der Bischof Zillertaler. Mit Verlaub. Der Großteil unserer Gläubigen hat sich für die Abwanderung entschieden. Der Hirte hat seiner Herde zu folgen, lieber Herr Pfarrer. Das ist gut, Fräulein-Lehrerin. Was ist denn? Was ist denn? Tja, Sie sind mal ein sauberes Vorbild, Fräulein-Lehrerin. Ist das die deutsche Art, Hassbahnen anzuschmieren? Hermann, ich bitte, mach ich uns nicht unglücklich. Mein Gott, nein. Was war denn das? Wegen der alten Hütten da. Und der steunenden, steilen Felder. Dieser Leibnach haben wir geschuftet. Herr Aufmutter, wenn du so redest, wünschst du mir, ich hatte dich geheiratet. Weil es wahr ist. Wir kriegen wieder Hilfe im Bereich. Neue, schöne, große. Die werden extra gebaut für uns. Ist doch nicht wahr. Ich glaube denen nicht. Draußen ist Krieg. Die haben da ganz andere Sorgen, als uns schöne Hefe zu bauen. Hermann! Ich bin 35 Jahre alt. Ich will eine gesunde wirtschaftliche Existenz für meine Familie. Ich will frei sein. Es geht ja doch alles zum Lund da. So weit hat's kämen müssen. Und wenn du mich erschlagst. Der Bauer bin jetzt ich. Der Hof käme mir. Und ich sag, dass wir gehen. Du kannst schon hierbleiben. Du musst dich halt ohne von den Dableiber aufnehmen. Wenn du ihn findest. Ich will weg. Ich will nicht mehr hierbleiben bei den Walschen. Wo ist denn da ein Walscher? Ich sehe keinen Walschen. Wenn ich so oft in dein Dorf rein, dann sehe ich auch keinen Walschen. Seit 500 Jahren sind wir auf dem Hof da. Und unser Hof ist nicht nur so ein Graffelzeug. Ich bin froh, wenn das Jahr rum ist. Es ist besser, wenn sie bleiben hier. Besser wie im Reich. Ich glaube in sie mir. Er ist dein Bruder, du erzählst. Herrmann. Hermann. Hermann. So war es doch. Wir waren auch immer gute Nachbarn. Ob das richtig war? Dahehen bleiben ist immer richtig. Ich weiß nicht. Die machen eine ganz Narrisch mit der Scheißpolitik. Oh mein Gott. Reg sie, reg sie. Oh mein Gott. 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 Vielen Dank. Jetzt reicht's mir aber. Was ist denn das? Das sind doch keine Verbrecher. Die haben doch nicht die Pest, nur weil sie in der Heimat bleiben wollen. Wisst ihr was? Am liebsten täte ich keine Messe mehr lesen für euch. Ein Christ hat seine Mitchristen zu achten und zu lieben. Bei euch gibt's ja nur mehr den Hass. Herr, gib mir einen Rat. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Jetzt kannst du nicht wachen. So warte doch. Sepp! Ich überleg das noch einmal. Schau, Herr Pfarrer. Ich bin der letzte Trick. Giuseppe Pietra Corvo, heiße. Ein walscher Trickhaufen bin ich. Wenn ich da drinnen unterschreibe, dann bin ich ein deutscher Staatsbürger. Und was hast du davon? Dann bin ich korvalscher Trickhaufen mehr. Geh nicht weg, Sepp. Ich weiß, es ist schwer für euch. Aber glaub mir, Mussolini wird sein nicht immer. Faschismo wird sein nicht immer. Dann ihr bekommt eure Schule wieder. Eure Sprache. Eure Kultur. Eure Sprache. Grazie. Eure Sprache. Molto grazie. Eure Sprache. Ivernaglich. Gut. Danke. Einde. 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 Abgestimmt! 90,7%! Es ist aber doch nichts gegen das Ergebnis in unserem Ort. 95%! Forse ist es besser so? Forse ist es ein guter? Aber sie, dass sie alle gehen! Und sie, dass sie alle gehen! So, hier wird es wirklich Italien! Und wir werden nicht mehr zu hören, die verrückte Parole tedesche zu hören! Bravo! Salve, o Popolo der Oli! Salve, Patria Immortale! Soli, nati, i figli tuoi! In Deutschland Über alles Über alles In der Welt Wenn es stets zu Schuss und Rose Über dich zusammenhält Von der Maastis Bestand ... Von der Rech Bis alle die Aale in der Lotte, die Brüderi, laver, die Brüderi, Good night, Anna. Good night, Dario. Good night, Dario. Good night. Good night. Good night. Good night. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018